Severein, gratuliere! Und auf dem Podium sind Sie glücklich? Ja, ich bin glücklich, wenn man es nur rational und glücklich ist, wenn man es mit der Erfahrung von der Trial-Round. Denn es ist nicht das einfachste, zurück zu einem Crash und zu einem hohen Level zu spielen. Ich glaube, ich habe es besonders gut in der zweiten Runde. Der erste Runde war noch nicht mein bestes Runde. Aber es ist ein Runde, den man nach dem Crash machen muss. Was hat in der Trial-Runde passiert? Die Trial-Runde war ein bisschen glücklich. Ich habe einen wirklich guten Runde gemacht. Das ist der gute Seite. Und dann mit der Trial-Runde war ich ein bisschen zu tief. Und ja, mein Ski war einfach in der Schnee. Und es ging sehr schnell nach der Trial-Runde. Und ich war einfach sehr schnell. Und es war sehr schnell und so war es nicht mehr Zeit. Und es war einfach so, dass ich etwas tun konnte. Und dann habe ich es auf der Trial-Runde. Und dann habe ich es auf der Trial-Runde. Ich glaube, dass der Trial-Runde war. Ich glaube, dass der Trial-Runde war. Ich glaube, dass der Trial-Runde war. Und es war einfach so. Und dann habe ich es direkt nach der Trial-Runde. Und ich glaube, dass der Trial-Runde war ein sehr großes Schritt nach vorne. Nach Oberstdorf hast du gesagt, dass du, dass Petr besser ist. Ja, weil der Ende der Konferenz in Oberstdorf war wirklich für mich. Es gab ein paar Leute, die bessere Konditionen als ich, mit höherer In-Run-Speed, weil sie hoch waren, ich glaube nicht genau, drei Gräte oder so. Die Bildung auf der Result-Liste ist nicht die komplette Realität. Natürlich muss man das machen, wenn der Wunsch ändert. Es ist immer ein schlechtes Glück. Wie wir in den vergangenen Konferenz gesehen haben, er ist jetzt der beste Jumper. Aber ja, ich weiß, dass ich diesen Level von Jumping auch kann. Ich habe das in der Vergangenheit gemacht. Und ich denke, dass es noch einige wirklich kleine Details gibt, und ich denke, dass es in meiner absoluten Top-Shape ist. Also werde ich so hart arbeiten, wie es wird, und versuchen, zu diesem Level zu erreichen. Vielen Dank und gute Glück. Vielen Dank. Danke. 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 Danke.